darf die netherracks nicht vergessen da unten aber lava ist nun auch nicht das problem das problem ist die lava zu energie zu machen ihr desigst wir bräuchten jetzt hier die nächste reihe da da guck hoch verdammt hoch Lava exportieren ins nichts Lava exportieren ins nichts ein Ruf noch ein Ruf und Kabel damit es einigermaßen gut aussieht einfach wild in der Gegend rumbauen genau nein das mache ich gleich weg so du weg ja okay das heißt wir müssen die Maschinen da hinten gleich wieder anstellen können ja export da haben wir export dabei ein nicht so viel und ist auch noch keine direkt runter okay also nächster schritt das kabel da oben wieder hin bauen damit die Maschinen laufen und gucken ob das da sich stabil hält so energy store 2000 mj energy use 42 mj und bleibt voll okay also das hat da wohl erst mal gereicht das ist gut ich hätte gerne ein cobblestone du weg du weg rest ist okay obsidian hätte ich gerne alles was ihr da habt und das kommt bitte hier rein und hier rein damit wir pulverized obsidian bekommen so was warum liegt hier zeug auf dem boden sehr komisch aber jetzt hebe ich garantiert nicht auf dafür bin ich viel zu dekadent dazwischen was wollen wir jetzt machen netherrack genau und ein feuerzeug bräuchte nur noch flinten stil da und netherrack wir haben nicht besonders viel netherrack aus dem nether mitgenommen wozu auch wir brauchen das ist ja primär bloß von so stromgewinnung mann 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 so das weg das weg moment mal ach so hier muss auch noch ein theoretisch klick 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 hier bräuchten wir noch fluid und servos ja gut das war falsch gehe hier hin so so jetzt die servos zwei stück ich habe kein inventar richtig richtig ist mir schon häufiger passiert dass ich die servos gesucht hatte nicht gesehen im inventar und dann losgegangen die gebaut habe wohl genug im inventar vorhanden waren aber okay du da du da du so dass wir kriegen gleich noch mehr lava 1 2 so du bist unabhängig du bist unabhängig so noch mehr lava da hinten auch du da du könnt deinen kumpel auch schon mal anbauen so kriegst ja wo kriegst ja wo bist so unabhängig ok crucibles da haben wir glaube ich kein mehr aber wir dürften lehm in dezenten mengen vorhanden haben ja clay und anderer clay und ich höre ein knurren ja haha nix damit anschleichen so von mir clay porzellan clay steckweise so kann wieder rein kann wieder rein kann wieder rein und 37 an feiert crucibles die können mal da wenn du ein anfeuerkrucibles system sie ist schmeißen hier ein später irgendwann mal genau das pulver ist ob sie dann können wir noch einschmeißen damit für das glas bekommen damit wir haben ja mehr kabel bekommen pulver ist ob sie den mustern hier ein sehr schön elektrum haben wir genug elektrum nö das heißt wir müssen wir wieder zu smalchery ding 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 lavavorrat sieht hier nicht so gut aus elektrum 32 9 18 27 wir brauchen gold 14 jahre silva silva mit dem blind tippen habe ich noch nicht ganz hinbekommen doofes riesen mikro so du da zack zack in war und wir können auch rausholen ding 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 und das wird alles was ok kurz inventar ausmüllen weg 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 muss gleich noch ein weg weg obwohl hier ein koppel wollte ich ja haben damit ich die exporter einstellen kann und ich nehme 23 exporter mit das klingt gut und die fertigen schlusser wissen damit dafür zerleg ich dich werft dich da rein energie ist okay energie ist okay crucibles zack so hier kommt ein schuss wo denn da kommen noch zwei kurs will in der rest ist jetzt okay richtig ja also vielleicht war ich gar nicht gebraucht ist nicht schlimm du kommst dahin 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 die sind alle nicht eingestellt oder ich glaube nicht das wird spaß obwohl ich mal kurz innehalten sollte und mich versuchen dran zu erinnern ob es da eine schnelle möglichkeit gab die vor ein zu gehst du mal aus dem sichtfeld die vor einzustellen kommt man die dinge vor einstellen oder so aller shift rechts klick shift links klick bei faktorio konfigurieren ich glaube nicht ja gut dann halt so 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 als robber sapling nein kein robber sapling auch dich noch dich noch gut fühlst du dich ja so die da fühlen sich auch schon das heißt hier vorne fehlen noch ein paar dann müssten wir jetzt gleich meinen nieder nein keine conduits müssten gleich mal nieder und netherrack abbauen das ist irgendwie komisch aber okay und wenn wir gleich in nieder gehen dann kann ich auch mal die diamantschaufel mitnehmen da können wir ein bisschen soul send einsacken wo wir schon mal da sind und so also shovel da diamantschaufel so du kommst weg du kommst weg die pack jetzt kommen weg die kommen alle weg ich brauche platz das buch weg das reicht habe ich zu machen auch nicht zwei tipps dabei also ich hatte das eine jetpack hier rausgenommen weil es eventuell zu viel strom frisst ja das kommt hin okay hoch also ich hätte gerne zwei stecks netherrack und so ein zwei stecks soul send und dann können wir gerne wieder kommen oh hallo bernd warum ist da ein spinnen jetzt der nieder ist echt komisch hier ich hätte mir vorhin hammer bauen sollen könnt ihr euch mal angucken wie die hammer aussehen aber so ein manölium hammer der braucht man eben ich glaube 18 manölium für die beiden hammerköpfe das ist schon ein bisschen krass aber gut kommt mit der zeit auch noch auch mit ein grund warum ich den soul send gerne hätte weil entweder soul send oder netherrack wenn man eins von beiden siebt bekam man ab und an auch art und kobalt und so dann auch manölium was ja schon mal ganz schick wäre wie viele stacks haben wir schon fast zwei stacks geht ja auch flott mit dem ding was war das diese kamikaze feuer viecher ist was was ist das kohle okay nicht dass wir es brauchen würden aber gut zu wissen es gibt ein paar rezepte da kann man kein was so oh das hey haben wir da effekt wo kam der jetzt her oh war das ein silberfisch also ein feuer silberfisch ah ich sehe nix oh ahleit ding dann kommt es mit so und jetzt verziehen wir uns von hier und gehen soul send sammeln weg von diesem komischen feuerfisch da noch ein bisschen netherrack einsackt damit die zwei stacks voll werden wie geplant grunz grunz du weg so jetzt was bist du rare eclipsed nitro creeper the swift one rust in your darkness sprint komm mal her ich will dich einfangen okay man kann die nicht einfangen und es ist dunkel oh aber die spinne kann eventuell einfangen klick 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 hab dich safari netz baby heat scar spider 16 lebenspunkte okay der creeper war komisch vor allem der hat kaum schaden gemacht aber ich bin auch schnell genug hochgeflogen hm ich weiß man nicht einfangen konnte das ist ja bestimmt lustig damit unsinn anzustellen vor allem was droppt das ding hm ach so äh ein da ein da gucken bis die voll sind und hier könnten wir das äquivalent zu dem hammergut gebrauchen also es gibt auch eine schaufel die so ein 3x3 fällt ähnlich wie der hammer die 3x3 fällt dafür gestein abbaut abbaut hm und da bräuchten wir ja nicht einmal ein hymn oder so ich meine so eine eisenriesenschaufel würde genauso gut hier funktionieren weil so ist dann ist ja nicht so schwer abzubauen so zwei stacks sind gleich voll zack ok und ab nach hause oder war noch irgendwas im nether weil ich komme immer wieder hierher und dann vergesse ich die hälfte und dann komme ich wieder hierher oh du musst Mama riesenspinne sein aber ne ad hoc fällt mir nix ein Quarzkristalle hatten wir letztes Mal schon mitgenommen und sonst ist gut ok also ab nach hause SoulCenter gleich einfach ins ME-System schmeißen netherrack verteilen wir auf achso und zumachen nicht vergessen oh wir haben nicht genug zum zumachen doch hier so ähm netherrack verteilen auf die Generatoren-Dinger da unten hier so und dann kommen wir richtig gut voran mit dem Generatorraum hier also ne der kleine Ausfall da war ein bisschen doof dazu machen äh der kleine Ausfall mit der Stromversorgung des ME-Systems war ein bisschen doof aber wir hatten halt viel zu wenig von den Dynamos eingestellt äh klick 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 habe ich weggetan ok das müssen wir später machen und wenn die erstmal alle angeschlossen sind und alle ein Dynamo oben drauf haben und was weiß ich dann haben wir so viel Strom es wird eine ganze Weile reichen bis wir das ersetzen müssen wird aber auch noch eine Weile dauern das aufzubauen also die Kabel zu bauen die ganzen Dynamos zu bauen die ganzen Fluid-Exporter zu bauen ne wobei es natürlich wesentlich einfacher wäre einfach nur ein Lava-Ding äh Fluid-Exporter hochzubauen äh ich ne hab mich dafür entschieden ich mach das jetzt zu Ende das ist ok oh davon wollten wir noch mehr bauen aber ja wir wollten so viel bauen aber wir kommen trotzdem gut voran und töten regelmäßig Sachen die gar nichts bauen sollten und wenn die Maschinen dann erstmal alle stehen was hier immer noch nicht der Fall ist wir haben nicht mehr die Stromversorgung fertig aber wenn die Stromversorgung steht wenn die ganzen Maschinen stehen und einigermaßen eingestellt sind dann können wir uns auch mal um die anderen Mods kümmern weil es gibt ja doch noch recht viel was ich nicht angefasst habe also schon mal alle magischen Sachen das allein sind ja schon mehrere Mod-Pakete dann Fischzucht Bienenzucht also Bienenzucht nur sehr rudimentär da habe ich nur die Anfänge für gemacht Bienenzucht, Fischzucht die ganzen Sachen können wir auch nochmal anfangen und kochen aber dafür brauchen wir halt ne erst mal die ganzen Ressourcen wobei ich gerade was die Bienenzucht und so angeht die Farm hier mal umstellen sollte auf andere Samen also die Samen die 5 oder 10 mal so viel Seed-Eu bringen wie die hier ihr habt genau das ah das hatten wir so eingestellt dass man es von Hand machen sollte ne oh Mist okay warte mal kein Wunder dass wir kein Seed-Euil haben schmeißt das mal alles rein Seed was wie jetzt wir haben keine Samen wird das doch automatisch gemacht ich hätte schwören können das wäre irgendwie anders gewesen du hier werden die Samen reingepunkt wir haben keine Samen über wollt ihr mich veräppeln hallo hier ist die okay in meiner Farm sind doch noch Hühner nur fürs Protokoll aber sie verstecken sich alle hinter den Garpetern warum auch immer achso und das Ding wird doch automatisch exportiert okay oh ein Ei Eier brauchen wir also die Hälfte geht anscheinend wieder ins System zurück um neue Samen hinzubappen und der Rest kommt da rein und wird dann versquasht oder wie auch immer und zu Samenöl verarbeitet was haben wir für andere Samen Seed Exotic Seed nein haben nicht besonders viele Samen hier Turnip das ist das Mario Gedöns was aus dem Boden zieht oder Brokkoli Brussels Cabbage nee ich will das Mario Zeug du da hau weg das da mach Mario Zeug hin gucken wir mal wie das funktioniert weil es ist ja ein Mod Dingens das heißt man muss es nicht kaputt machen um es abzubauen die aber auch nicht ja mal gucken also wenn das abgebaut wird später soll das wieder ins ME System und soll dann hier bräuchte wir den besseren Exporter hier da unten kommen mal Turnips hin und dann beobachten wir das Ganze aber hier bessere Exporter kommen wir von hier aus irgendwo ja da gibt mir ein Precision Export Basic Precision Export da gut jetzt zurück und genau deswegen brauchen wir diese Schächte hier zu den Zwischengängen sonst wird das nie was also wir könnten auch Teleport Pads benutzen aber nee weiß nicht so du muss kurz weg du gehst da hin ich brauche einen von euch und einen von achso habe ich ja schon so also Turnip da rein du hast jetzt fünf Stück und eventuell kommen jetzt nach und nach auch ein paar Turnips rum und sobald wir genug Samen haben ersetzen wir das ganze Feld nach und nach durch Turnips hast du noch genug ne hast du nicht ok was ich meine ist Bonnmehl der Sprinkler braucht Bonnmehl damit er besser arbeiten kann so aliops Bonnmehl 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 das reicht erstmal wieder für zehn Folgen oder so ok also dass wir da nach und nach überall Turnips hinbekommen und wir schneller mehr Samenöl bekommen damit ich in ein paar Folgen mal mit der Bienenzur wieder ein bisschen reinschnuppern kann aber da brauchen wir halt echt sehr 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 viel Samenöl für aber wir haben schon fünf sechs von den Körben hier hingestellt gehabt die sind jedes Mal einfach leer geworden da kam nie irgendeine Biene rein das ist ein bisschen unpraktisch aber na gut also das für die nächsten Folgen und jetzt erstmal eine kleine Pause also bis denne